ich glaube ich muss auch mal Obsidian abbauen Check out, ihr bleibt alle hier ich weiß wie ich die Folge nenne ich weiß wie ich meine Folge nenne geilste Folge aber wahr? nein, ich nenne meine, oh mein Gott wie habe ich das nur überlebt mhm ist wirklich so ich glaube jetzt erst mal ne Auszeit hier ich bin gleich tot und den Weg zurück finde ich auch nicht oh ich würde dir helfen, aber mir wird das ja nicht gedankt aber was nochmal? kriegst auch dafür was? nein, das brauchst auch nicht kriegst mehr Gestöne so ach hier war die Stücke, die schmuckte wie lange der Stimme es fängt ganz breit genau per jetzt schon ges klöt er da kommt komm der komm der, jetzt ja, ich hab ha dieiet kaputt gemacht ich habe die Fakkel kaputt gemacht jetzt auch noch gut ich habe die Stilfe richtig hart hier und ich habe mich glaubt kann jetzt aber nicht was ich kann es euch und es wird nicht erklären in einem langen Teil aus Eisen Aua, Aua, okay die haben Feuer ich gebe nicht ich will nicht wieder haben ich muss jetzt gucken, ob ich hier wieder runterkomme ich bin hier irgendwo runter geworden ich bin vorzüge Minecraft auf dem PC hier ich stecke den Köper ich muss hier voll unten gucken noch nein nein Mannschaften oh shit so 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 ich jetzt todesmutig ohne Rüstung uuuuuh was ist um sie oh hey du kommst aber nicht hierher das ist meins das nicht mal wo du wirst jetzt ja jetzt stimmt was muss ich sagen er hat mir klar dass der Kriper aufkommen ist wo sehe ich eigentlich welche tränke es gibt hier bei der xbox ich sehe mein portal ist mein portal ich würde und dessen das ist krank er ist krank er ist krank ja 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 denn wenn was sein der senderinnen das ist gut das fängt sich toll an es blitzt ich habe nicht gehört von meinem stillen um das ist schluss und mit der tschrift macht vielleicht noch mal so ich habe jetzt ein besorgerungsstand und das schießt ich höre ich klein ich habe ja also was du für ein ähnliches schon durch steine schießen sind hier mit black ops oder was so dachte das ganz gut so dies ist die brau oberfläche hier kannst du tränke erschaffen die die verschiedenen effekte haben können verschiedenste effekte haben können die karten vortragend ich verstehe ich 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 habe gewonnen das tun genaue ich muss nachgucken das hat mir leid für die so wasser ich hätte das ja so wie ein kürzester und speichert die ich habe das mit einem Turnspur schicken ich habe sie in der Aufnahme beendet Prozent aber es werden die Leute so. Ja gut, die paar Sekunden wieder erzählen machen auch nicht viel aus. Zum Noten müssen sich die Leute die Folge bei mir angucken. Ja, die Folge wird es geben, aber deine Stimme wird mir nicht hören. Eine nicht. Aha. 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 Du stöhnst ja nicht. Bin schade. Oh. Du meinst, das tut mir echt nicht leid. Einmal für die Zuschauer. Nein, das wäre für die Vize-Philippe. Ich meine, dein Stimmen, das ist ja schon mehr als genug. Ich habe es noch mitmachen. Wir haben zu gestorben. So wollen wir dann jetzt hier aufhören. Ich bin gerade mitten in der Schlucht. Das ist halt gesagt, die paar Sekunden da. Ich dachte, du willst jetzt aufhören. Ich muss ja noch mal gucken, welche Tänke es gibt. Ich weiß immer, wie das geht. Ich bin mir voll überfordert jetzt. Was hat nebenher noch eineliegt denn? Habe ich weiß nicht, ob er, ne? Ja, egal. Du bist schon so schlimm. Wasserflasche. Er kommt z �... aber das bringt aber das Land und war und um japan in dem in den Hohen das Wasserflaschen das Spiel und darfst du nicht auch das gewissen Land zu schwimmen können also auch kaum von mir sind alles weg jetzt wirklich beenden das ist aber unfair du findest das lustig finde es überhaupt nicht lustig sei ehrlich hättest du für mich beendet nein es hat eben erst gespeichert ist mir egal ich finde es nicht lustig sondern ich gehe auf steine alter und er nimmt sich mein Lava einmal genauer am Abend ich bin zu das jetzt wirklich ernst nicht mal irgendwas da und ich hätte die Spitze geboren können ich finde ich die Stickies dabei ja genial da ist es nicht mehr dann stört doch neu geht doch nicht man jetzt erklären wie ich jetzt neu starten soll ich habe schon erneut gemacht wenn ich jetzt neu starte dann komme ich trotzdem bei dir raus ja ich tut mir leid ja war so klar so episch klar dass du jetzt ein creeper kommt ein bisschen du ja mein zweck befremd bei uns noch schön in der lade habe ich selbst gefläntert aber regt doch jetzt mal Da kommst du jetzt noch ein bisschen runter ohne Spitzer, komm mal alles.